Ein Nagelstaubsauger ist ein Gerät, das speziell entwickelt wurde, um Nagelstaub während der Maniküre oder Pediküre aufzusaugen. Dieses Werkzeug ist wichtig, da es dazu beiträgt, den Arbeitsplatz sauber zu halten und die Luftqualität zu verbessern, indem es verhindert, dass feiner Nagelstaub in die Luft gelangt und eingeatmet wird. Dies ist besonders wichtig, da Nagelstaub gesundheitsschädlich sein kann, wenn er eingeatmet wird, und die Verwendung eines Nagelstaubsaugers die Gesundheit von Nageltechnikern und Kunden schützen kann. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Nagelstaubsauger. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Anglia Nagelstaubsauger. Die Anglia Nagelstaubabsaugung ist mit einer integrierten LED-Beleuchtung ausgestattet und dient als ideales Werkzeug für Ihre Maniküre, um das Einatmen von Staub zu verhindern. Im Lieferumfang enthalten sind ein Nagelstaubsammler, ein wiederverwendbarer Filter und eine Nagelstaubborste. Mit einer Leistung von 40 Watt bietet dieser Nagelstaubsauger eine Saugleistung vergleichbar mit einem 80 Watt-Sammler, ideal zum Absaugen von Staub während des Schnitzens oder Polierens. Durch seinen Filter, das Zugsieb und die effektive Staubabsorption gewährleistet er eine saubere Arbeitsumgebung ohne Staubaustritt. Der herausnehmbare Filterschieber kann leicht gereinigt werden. Neben der Maniküre kann dieser vielseitige Nagelstaubsauger auch beim Schleifen, Basteln, Schneiden und Schnitzen verwendet werden. Die Saugstärke lässt sich über den verstellbaren Knopf regeln, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen. Beachten Sie jedoch, dass bei höherer Saugleistung der Motor im Staubabscheider lauter wird. Dank seiner leistungsstarken und effizienten Leistung hält der Agnia Nagelstaubsauger ihre Arbeitsumgebung sauber und frei von Nagelstaub. Die großzügigen Belüftungslöcher auf der Rückseite sorgen zudem für eine effektive Wärmeableitung, selbst bei langen Arbeitszeiten bleibt der Nagelstaubsauger kühl. Hier ist der Punkt Nummer 4, Saviland Nagelstaubsauger. Der Saviland Nagelstaubsauger ist mit einem leistungsstarken 40W-Motor ausgestattet, der eine Drehzahl von bis zu 5500 Umin erreicht. Er wurde von der SGS-Behörde zertifiziert und bietet eine herausragende Staubsammlung für Nagelarbeiten. Mit Leichtigkeit werden Nagelgelstaub, Acrylnagelstaub, Tauchpulverstaub, Boosternagelgelstaub und mehr gesammelt. Effiziente Staubentfernung sorgt für einen angenehmen und staubfreien Nyladfüllprozess. Stört Sie der Lärm herkömmlicher Nagelstaubsauger? Der Saviland Nagelstaubsauger ist mit einem leisen Turbovakuum-Motor aus den USA ausgestattet, der auch in der Nähe von schlafenden Babys ruhig bleibt. Sagen Sie Tschüss zu lästiger Geräuschbelästigung. Genießen Sie ein bequemeres und reibungsloseres Erlebnis bei der Nutzung. Der neueste Nagelstaubsauger von Saviland verfügt über LED-Beleuchtung, die auch bei schwachen Licht für optimale Lichteffekte sorgt. Ein perfekter Nagelstaubsauger, der Sie vor dem Einatmen von Staub schützt. Dank des flexiblen Schlauchdesigns können Sie den Winkel anpassen, um ein besseres Maniküre-Ergebnis zu erzielen. Der Saviland Nagelstaubsauger verwendet ein wiederverwendbares Filterpart zur Staubsammlung, das nicht bei jeder Anwendung ausgetauscht werden muss. Das Filterpart lässt sich einfach mit einem Föhn reinigen oder durch Bürsten des Nagelstaubsaugers, flexibel und bequem. Die großen Lüftungsöffnungen auf der Rückseite sorgen für eine optimale Wärmeableitung, sodass der Sauger auch bei langem Betrieb nicht überhitzt. Der Punkt Nummer 3, Leihau Nagelstaubsauger. Unser Nagelstaubsauger nutzt eine Kombination aus 40 W-Hochleistung und drei leistungsstarken Lüftern, die größer sind als herkömmliche Modelle. Dadurch erreichen wir einen Staubentfernungseffekt von 99%, der effektiv Nagelstaub und Flugosche aus nahezu jeder Ecke sammelt, ohne dass Staub in die Luft gelangt. Dies schafft eine saubere und angenehme Umgebung für Sie, Ihre Kunden oder Freunde. Die ergonomische Gestaltung unserer Nagelstudio-Staubsauger ermöglicht es Ihren Händen, sich leicht auf der Maschine abzustützen, dank des einzigartigen Designs mit gebogener Oberfläche. Durch das abnehmbare Design ist der Staubbeutel einfach auszutauschen, ohne dass das Gerät zerlegt werden muss. Im Vergleich zu integrierten Nagelstaubsaugern müssen Sie bei uns nicht das Gerät auseinandernehmen, um den Filter zu reinigen. Ein einfacher Knopfdruck genügt, um die Maschine zu starten. Die Eintastenbedienung spart Zeit und bietet Komfort und Effizienz für Nagelarbeiter und Enthusiasten. Das gewölbte Design mit großem Luftauslass sorgt dafür, dass der Nagelstaubsauger auch nach längerem Gebrauch reibungslos belüftet wird, keine Wärme erzeugt und die Lebensdauer der Maschine verlängert. Nummer 2 in unserer Liste, Melody Sousy Nagelstaubsauger, eine leistungsstarke und effektive Nagelabsaugung kann während der Maniküre den gesamten Staub aufnehmen. Genießen Sie Ihre Maniküre in einer staubfreien Umgebung, ohne Staub einzuatmen oder nachher putzen zu müssen. Das ist besonders vorteilhaft für die Gesundheit von Nageldesignern. Die Saugleistung kann über das Touchpanel individuell eingestellt werden, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Der ergonomische Staubsauger bietet optimalen Komfort während der Maniküre. Dank der magnetischen Abdeckung und des wiederverwendbaren Filters lässt sich dieser einfach reinigen. Es wird empfohlen, den Filter alle 2 bis 3 Monate zu wechseln. Das leistungsstarke Turbinenrad der Absaugung bietet eine Saugleistung von 411 PR und sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz bei minimaler Geräuschentwicklung. Die großzügigen Lüftungsöffnungen auf der Rückseite gewährleisten eine effiziente Wärmeableitung, um eine Überhitzung während des längeren Betriebs zu vermeiden. Die Nummer 1 in unserer Liste, Saviland elektrische Staubabsaugung. Der Saviland Nagelstaubsauger ist das ideale Werkzeug für die Maniküre, um sie vor dem Einatmen von Staub zu schützen. Durch Anschließen an die Steckdose bietet er einen 100%igen Vakuum-Effekt, der mithilfe eines leistungsstarken Saugventilators den Staub während der Maniküre einfängt. Dieser unverzichtbare Nagelstaubsammler ist ein Must-Heft für professionelle Nagelstudios und ermöglicht ihren Kunden einen erstklassigen Service. Er eignet sich auch perfekt für Nylad-Enthusiasten oder Einsteiger, die ihre Nägel zu Hause selbst gestalten möchten. Ausgestattet mit einem 60 wie leistungsstarken Motor und Rotation, gewährleistet der Saviland Nagelstaubsauger eine starke Absaugung und eine effiziente Reinigung. Er verfügt über einen einfachen Einknobschalter zur Steuerung und ist somit auch für Anfänger leicht zu bedienen. Der Nagelstaubsammler verwendet ein wiederverwendbares Filterpart, um den Staub aufzufangen, und bietet somit eine flexible und bequeme Reinigungsmöglichkeit. Mit einem Auslassanschluss zur effizienten Staubabsaugung und einem hochwertigen Turbo-Vakuum-Motor zur Geräuschreduzierung bietet der Saviland Nagelstaubsauger einen komfortablen Betrieb und eine verlängerte Lebensdauer dank des Wärmeableitungsdesigns unter dem Boden. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Nagelstaubsauger unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.